Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Harz am Dienstag äh letzte Woche kam ja leider kein Video ähm das lag daran ich hab mich am Dienstag nicht so gut gefühlt am Mittwoch war ich dann bettlegig Donnerstag ging es halbwegs gut aber auch nicht so premium und ähm Freitag ging es dann äh bin ich auf dem Weg der Wässerung gewesen jetzt geht es mir einigermaßen bisschen hab ich noch einen Frosch im Hals aber sollte gehen und ähm wir gucken heute in Lex Ramos weiter das Militärviertel weil ähm wir sollten die Sohleabenteuer mal langsam abschließen das äh sollten wir wirklich das Licht wird den Sieg bringen mhm ja das geht als als Starthand geht das eigentlich okay was können die denn 07 Sprott kommen die denn auf meine Seite meine Schüler lasst sie gehen was nein meine premium ist jemand verletzt pass mal auf das war's nice bist du lol so haha, Flaschi oh ha haha so wir könnten einen weiteren Spotter mit dem Lichtboot könnten den Halen mal gegen sehr geil, den brauchen wir sofort wenn der wieder eine Waffe rauspackt was wo du hässlicher dreckiger hässlicher, okay ähm wir packen den Licht gut raus das klingt doch ganz vernünftig hmm oh wir könnten ne ok äh oh ich dachte wir könnten oh man ja jetzt ist einer von den Spuren okay это tschüss Sikorski oh 1 revoltiger dann Äh, dann Halen wir ihn hier gegen Kopieren zwei Karten Uh, nice Machen Schaden In der nächsten Runde müssen wir Ah, nein Fuck you Jetzt muss ich mal ein Feld neu aufbauen Pass mal auf den Den Du Drecksau Kann ich ja sehen Fickgesicht, Junge Pass mal auf Ähm Wir heilen Tische gehen Hütteln raus Und Den Machen Den kaputt Das Und das Und Wenden Zug Gecko ist gerade ein bisschen sauer Bisschen sehr sauer Gegen Heilen Karte ziehen Bitte Pfui Piece of shit Warte ich trotzdem Äh, zum kurzen Richtig zum kurzen Zack Die Geister sind Ruhelos Ja Das klappt Alles super Hätte ich schlecht Vor der Nova spielen sollen Aber hey Oh Das hat er nicht Oh Das hat er nicht Oh Fuck Folgt mir Ins Grab Okay Pass mal auf Ich könnte Den weg machen Mache den weg Ähm Ähm Packen Rauch Heilen nicht gegen Damit die über 20 sind Und macht den Papa So ich muss ehrlich sagen Ich kann nicht Ich bin total beschäftigt Tja Ich hab ja auch mal gehört Keltu sagt es blind Wie ein Maul auf dem Kandax-Rahmen Was nicht gescheit einpacken Hör zu Wenn ihr jetzt aufgebt Befehle ich Gotik euch nicht die Seele aus dem Leib zu reißen Er zieht eine Karte Also das praktisch der Die Warlock-Fähigkeit Nur dass er sich nicht selber verletzt Ja das klingt doch auch ganz nett Wär saugeil Äh kommt mit dem neuen Kartenpacks Mit diesem Äh das große Turnier Ähm Die hab ich nämlich Äh verfolgt Die Ankündigung Also ich verfolge sie momentan noch Ich hab's Nicht ums viel mitgekriegt Leider Ähm Aber ist ja im Bett Momentan ja ne So einmal was die Ballung können Wegpacken So passt ansonsten Ist ganz ok Ein Lichtbrot Ist ist ok So Unser Schuk wir können nichts machen Shady Tötet ruhig meine Diener Ihre Seelen werden euch heimsuchen Ja der hat ein ganzes Tor Wohin ruft einen Was Petralenlärm für euren Gegner herbei Ja ist doch geil Klingt doch super Ist jemand verletzt? In diesem Ernst klingt doch super Ich krieg Oh Ja das ist ja nicht so voller Fuck you Dreckig Dreckstück ey Oh man Äh ja Der wird keine Waffe haben Ich komme wieder Ach 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 so So läuft das Du trägst auf Ich bin der Seelenärter Okay Die machen die mal aus Ist jemand verletzt? Tja Soviel zum Spotter Ja natürlich Alter Jetzt kann ich hier wenigstens los hören Oder ich könnte ihn Und der springste ich gehe Nächste Runde Nächste Runde Alles klar In den Kampf Ich muss das nun nochmal Überdenken Für den brauche ich eine andere Strategie Aber auf jeden Fall Aber auf jeden Fall Ich kümmere mich drum Das war's Die zweimassen Bannungen auf jeden Fall Behalten Ich kümmere mich drum 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 Wir brauchen noch eine weitere Karte, die ihn zum Schweigen bringt, denke ich mal. Eine, die nichts kostet, bei der ich dann sagen kann, wenn da nur einer auf dem Feld hat. Ey, du gehst mir auf den Sack. Dich mach ich weg. Das ist auch ein Führer, oder wäre so ein Face-Rush. Das Licht wird den Sieg bringen. Oh Mann. Passt. Sehr schön. Tötet ruhig, meine Diener. Ihre Seelen werden euch heimsuchen. Ist jemand verletzt? Alter. Die Toten kehren zurück. Was macht der? Fügt deinen Schaden zu? Toll. Nein, ich bin der Seelen-Ernter. Oh. Das ist geil. Pass mal auf, Junge. Geh in die Halle. Zwei Leben auf Kader. Das ist 6-6. Das war dumm. Ach, und ich sag, weißt du? Und ich sag auch noch, ey, wir müssten da mal, äh, rufbar sein. Oh Mann. Alter. Ah. Zum Kotzen. Das war ein 6-7er-Blick, schade. Das ist geil. Hm. Ich weiß nicht, was ich gebracht hat, aber hey. Nein, nein, nein. Warte, 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 warte. Äh. Sofort. Mein neues Rezept wird euch gefallen. Tschüss. Hehehe. In den Kampf. Okay. Hey. Hey. Wer will's nennt, ne? Der hält sich in Drecksack. Ein Monster ohne Todesrechnung. Ich glaub's nicht. Na, da kommt einer mit Todesrechnung. Äh, ist lustig. Äh. Ne, du, frag mich nicht, was der bringt. Ähm. Ein Leber. Lichtblut. Trinkt mich nicht. Pau. Grad wird's wieder unwitzig. Alter, was ist denn das für geskriptetes Kartenglück für den? Das ist doch ein Witz. Er hat nur noch eine Kartoffeln, dann präsent es gar nicht. Alter, bin ich. So, freundlich. Oh, wow. So, freundlich, es muss doch anders. Oh, wow. In den Kampf In den Kampf Oh man Ich habe meine Schacht schon wieder Tja Da muss ich mir was anderes überlegen Aber das sind die drei Runden die pro Folge rauskommen und dann bedanke ich mich für's zusehen Bis zum nächsten Mal wenn wir uns weiter durch Naxxramas kämpfen Tschüss